Da vorne liegt der Kanister, nur so zehnmal. Vorher hast du ihn da hinten gelegt. Ja, nur weil ich ja dorthin schieße. Ich will ihn ja nicht unnötig vorher schon zum Brennen bringen. Ach so, das ist die Sohle. Hoppala, Entschuldigung. Das war ein Unfall. Huma! Waaah, fuck. Drecksack. Wieso, ich kann nicht mit dir reden, die nichts verstehen der Sprache. Naja, nichts verstehen der Sprache. Hey, ich fresse Sohle. Deine Mutter, komm ran. Deine Mutter. Du Opfer. Alter. Hier fliegt so ein scheiß kleines Fliegel rum, das geht mir um euch. Ich hätte das Fenster zu machen so in vorher. Oh, der hat mich jetzt schon in Gelseback da, Alter. Scheiß kleines Fliegel. Ja wirklich, zwischen die Finger, Alter. Was ist das für ein Scheiß? Schmocker, irgendwo da vorne. Ich seh ihn da auch. Auch gerade aus der Gefächt, Entschuldigung. Die Denise steht im Smokerauch. Egal. Dahinten, hinterm Bus ist auch irgendwo einer, weil ich glaub nicht, dass ich ihn schon umgebracht hab. Aera... Da kommt gleich das E-Team raus. Da-Da-Da-Da-Da-Da-Da-Dö. Da-Da-Da-Da-Da-Da-Da-Da-Da. Oh, Alter, nein. Was? Was jetzt gerade auf uns regnet? Achse. Ja, geactivisionial. Es regnet, Zombies! Hallo! Es schnimmt deine Läuche im Teich! Ein Hunterer! Ich seh dich du, Heinz du! Alter, du bist ja nicht der Heinz, du bist ja dadurch. Das Glitchen rennt ja in der Luft weiter, das ist schon das wie Moonrock in der Luft. Ein Hunter. Ich komm nicht so weit bis zum Hunter. Ich hab ihn. Okay. Lass diese Kackmaschine aus, Heinz, du! Nein, ich hau da einen Weibung her. Los, Feuer stecken! Aber nicht bringen, nur holen! Alter, wir gehen mit der Arbeit Laser decken. Kennst du das? Bitte was? Nur mit Laser. Oh, auch cool! Wir gehen Laser decken mit der Firma. Das ist unser Betriebshaus-Club. Wir haben gesagt, wir wollen einmal P-Vollspielen gehen. Ja, aber meistens gibt es nur in der Halle. Aber wenn, dann willst du es draußen sein, draußen spiellosiger. Außerdem brauchst du mindestens 20 Leute dafür. Glauben wir, die kriegen wir zusammen. Ja, 100 pro. Weil ich keine Bohrleute, die was gehen wollen. Bist du, ist er jetzt bald fertig? Achso, der bleibt dann noch einmal stecken. Tank! Fire in the hole! Verdammt! Daneben, du Arsch! Egal! In die Fresse! 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 Nein! Ratschle nicht! Glitsch vuitsch du! Das war ich nicht! Nein! Er hat meinen Stein am Kopf gehauen. Ich mache keine Steine am Kopf! Mach dich kaputt, Alter! Ich sollte mich, glaub ich, heilen oder sowas. Na ja, ich werde sterben. Ich sage, der Tod kommt nach 3 Jahren. Ich? Ja, jetzt hat mich der Smog auch noch, Alter. Es rissen. Okay, dann liege ich halt hier. Dann bist du näher bei uns auf jeden Fall. Ja. Zoe, heil mich. Danke. Hier ist alles Lilo. Also Rosa. Also ich weiß nicht. Hallo. Da kommen Zombies. 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 Na 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 na. Ja, da hier hat einer hingespuckt. So ein Drecksack. Wo? Zum MG. Achso, da vorne. Hallo? Achso. Hallo? Was ist da? Achso, da liegt noch immer Speed. Ich dachte, das ist schon weg. Da vorne ist, glaube ich, ein Boomer hinter der Garagentür. Hier ist wohl eine Kettensäge. Da liegt einer unter der Scheune. Nö. Boomer! Rechts vom Auto ist ein Boomer. Er steckt aber hinterm Auto, glitscht er herum. Nein, jetzt geht er aufs Auto rauf. Der ist gerade hoch. Er ist nicht so dünn. Er braucht ein bisschen länger, bis er am Auto oben ist. Ja, er braucht ein bisschen länger, bis er am Auto oben ist. Oh mein Gott. Da kommt oben auf dem Auto oben. Der Breen da unten. Bleibst du das bald stecken! Das dauert so ewig lang, bis das da endlich da unten ist. Es dauert sehr lange, bis es unten ist. Okay, aber wie gesagt, nachdem werde ich dann gleich gehen, weil ich diese Sonne. Ja, ja. Hat so ein scheiß King am Boden gegangen. Oh, ins Bett. Am Boden gegangen. Wie nett. Geschlafen. Na ja, wenn der Boden hat, dann würde ich sehen. Wohin gehen? Nach raus. Warum? Ich hoffe nicht. Okay. Leider. Ich gebe doch vorher Schuss. Ja. Incoming! Oh mein Gott. Ja klar, ich bin jetzt ohne etwas dahinter. Natürlich! Wir können schon reingehen. Ah, fuck you, ich kann wieder raus reingehen. Aha. Hättest gleich rausgekommen. Ah, zocke hinter mir! Fuck. Ah. Hat er den? Ja. Draußen! Komm, ey. Also ich versuch's zumindest. Ah, bitte, ich gehe in die andere Richtung mit mir, nicht da hinten. Danke. Okay, Hunter. Ich bin zu old for this shit. I'm too old for this shit. Ja. Tank, ich bin ein Tank, ich bin ein Hunter. Ja, ich weiß. Es kommt der zweite Tank. Irgendwer mit dem Hunter. Ja, ich weiß. Aber bist du das Russ? Nein. Nein. Ich hab die Zoe schreibt. Ich hab's nicht gelesen. Ich hab nur einen blauen Ding gesehen mit dem roten Hunter drauf. Und Schuh ständig zurückschreibt. Und so geht es. Da ist der Tank, da kommt der Tank. Oha! Ich bring ihn mit! Ich seh's. Aber jetzt wieder zuerst die Zoe zerstören. Egal, oder? Die Zoe Peff gehabt. Immer auf die Ausländer. Immer auf die Ausländer. Wo ist er jetzt? Er wird vom Auto zerquetscht, oder? Er ist wie diese Tür. Das wär gut geil, wenn er unter das Auto rennt und tot ist. Wo Glitch. Er glitscht irgendwie da in dem Ding um. Ich wollt grad sagen, aber er glitscht dahinter. Der kriegt mehr Kugeln rein vom Glitschen als sonst was. Ja, das ist schon so. Aber ich brauch für ein Magazin doppelt so lang zum Schießen als sonst. Jetzt weißt du, wie ich mich jedes Mal stünde. Das ist eh leider. Super, aber überhaupt nicht. Schokol und Charger. Außerdem dein Wahrnehmung so möglich ist eh nicht. Schokol. Ist der einfach so krass. Ich glaub, er hat eine kleine Presse. Ja, alterweiter. Gemeinert wurde. Ich behaupte dich einer. Danke. Ja! Schaka! Das ist dann super. Das ist Gefährte so geil. Du, 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 du. Da ist auch ein Boomer. Haha, du Trottel! Der ist in der Luft gesteckt. Das hast du gesehen, ja. Oh Gott. Überlebe den Garten fliehen. Okay. Vielleicht wird es echt peinlich geworden. Du, wir sind vielleicht schon sehr oft gestorben. Nur mal so zu ihm. Siebten Minuten. Cool, das wird eine Folge. Siebten Minuten. Ja, wir machen ja auch immer mal viel Blödsinn. Ja, wir machen ja auch immer mal viel Blödsinn. Ja, das auch. Tja. Na dann, da klingt. Danke fürs Mitspielen. Bitte gerne. Ja. Wir sehen uns später. Und viel Spaß noch beim weiteren Zocken. Wiedersehen. Tschüss. Ciao.